So was erwartest du? Was erwartest du von diesem Shooting? Außer dreckige Hände? Ich lasse mich auf jeden Fall überraschen. Ich bin schon ein bisschen dreckig geworden. Ich werde bestimmt noch dreckig am Ende aussehen, aber naja, ich bin schon gespannt. Okay, ich auch. So Herr Starr, was ist heute zu erwarten? Werden wir ja sehen. Kriegen wir von dem Starrfotografen eine ähnliche dumme Antwort? Naja, auch nicht viel besser. Wo ist denn unser Model? Da hinten. Ich komme mit mir ein bisschen blöd vor. Ivan, das ist halt so. Daran musst du dich gewöhnen. Ja, ein bisschen Wasser stört doch nicht, oder? Nein. Du musst halt sehen, wenn es ein bisschen nass wird, hat es auch einen erotischen Effekt. Finde ich gar nicht schlecht. Wir wollen ja auch ein bisschen an die *** bedenken, oder? Echt? Und *** natürlich. Und *** natürlich. ***